Mein Name ist Christian Gieselmann. Ich bin kaufmännischer Geschäftsführer der Warsteiner Gruppe. Er lenkt die finanziellen Geschicke einer der größten Brauereien Deutschlands. Wir haben einen Jahresumsatz von ca. 500 Millionen Euro. Doch jetzt... Das muss einfach ganz anders aussehen. Ja. ...muss er selbst Lehrgeld zahlen. Du hast wieder ne falsche, Stefan! Noch nie zuvor hat ein Undercover-Boss so viele Einsätze gemeistert. Putzen macht er ganz ordentlich. Undercover-Boss nächsten Montag, jetzt neu, schon um 20.15 Uhr.